So. Och, jetzt hat doch mal gute Laune, Mädchen. Die Helden besiegen endlich Newton. Mal gucken, ob sie es wirklich endlich schaffen. Wenn nicht wieder die Hälfte hier abschmiert. Ja, das wäre wieder gemein. Das wäre aber auch irgendwie witzig. Wieder am selben Punkt. Warum die Evermedia letztes Mal weggeschmiert ist. Ja, keine Ahnung. Wollen wir das mal überspringen? Das kennen wir ja nun schon alles. Schaut die früheren Folgen und Streams. Ich glaube, das ist das dritte Mal, das wir jetzt sehen. Ja, ist auch das dritte Mal. Oh, wir müssen noch umstellen, oder? Ja, ähm. Erster Stream zu LittleBigPlanet. Letztes Mal. und heute. Wer ist das dritte Mal gewesen? Ihr seid also reingekommen. Macht nichts. Moment bitte. Ihr könnt mich nur aufhalten, wenn ihr eure speziellen Fähigkeiten einsetzt, um die Batterien der Kammer eures Freundes zu entfernen. Das werdet ihr niemals schaffen. Gut, wir spielen das mal. Der sucht sich noch. Guck mal mit, Otzer. Kannst du das auch? Wer sitzt dann? Du hast dir wahrscheinlich, welches Outfit du willst. Mach das mal mit deinem. Mach ich schon. Das bin ich traurig. Nein, ich meine hier, äh, den Arm. Komm uns doch mal. Komm uns doch quer setzen. Müsst, ich wollte mit dir klatschen. Links, rechts, gerade, aus. Du kommst ja nicht mehr raus. Okay. Und ab. Niemand hat euch eingeladen. Verschwind. Das kennen wir ja in uns schon alles. Und trotzdem gehen wir drauf. Oder ich geh drauf. Hey, da bin ich wieder. Hey. Moment. Ich will nicht, dass wir gleich Doppelton haben. Ich muss auf, erst mal kurz. So. Jetzt kommen wir. Bist du bereit? Jo. Ich war zu laut. Ja, du hast den Doppelton ausgelöst. Entschuldigung. Du machst an, komm. Warte, warte, warte. Ja, warte. Ich sag dazu nichts. Wollte nur den Punkt da holen. Schön, wie sie es kann, oder Leute? Ich sag dazu nichts. Au. Wenn wir da nicht drauf drücken, dann, äh, dann, äh, willst du diesmal? Nee, mach du das jetzt mal, dann musst du schön gemacht. Sehr schön. Hammerkat. Wir sind so hell. Eine Batterie ist, ja. Ich sag mal, guck mal, wenn wir da drauf, einen intellektuell überlegenen Gegner wie mich besiegen zu können. Ja, intellektuell mit 4 L. Papa war nie dazu einbringlich und ich auch nicht. Hinschort. Hey. Komm mal hoch. Oder so. Haha, kaputt. Und hopps. Ernsthaft. Ich sag dazu nichts, ey. Das ist doch, das ist doch voll gemein. So, bleibst du wieder klein? Oh. Bleibst du wieder klein? Ja, na, ich hab den großen gerade gehabt. Ich stand eh auf der Kante. Du den hinteren und den vorderen? Ja. Ah, der hat geklappt. Diesmal musst du dich selber ein bisschen koordinieren. Jawohl. Warte ich klein. Komm am besten auf meine Seite. Die dunkle Seite. Ich stehe in deinem Schatten, hab ich das Gefühl. Ich stehe in deinem Schatten, hab ich das schon ausgegeben, diesmal. Einmal, ne, komm mal. Hallo. Bist du schon? Ach da. Nehmen wir es tot. Okay. 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 Aha. Alter. Ich komme immer durcheinander, wer wir sind. Boah. Es war knapp. Ja. So. Unser Lieblingslevel. Und jetzt. Oh. Das war zu weit. Okay. Klein beim ersten Mal. Ja, total begeistert von mir. Das ist keine Batterie. Das ist eine Kaffeemaschine. Genau. Das läuft ja bis jetzt noch ganz gut. Wie macht? Es ist zu spät. Ihr solltet einfach wieder abhauen und weiterschlafen. Okay. Tschüss. Ihr habt gehört. Lüten hat es gesagt. Schlaft schön. Ach so, wir müssen schon. Wenn ihr jetzt verschwindet, nehme ich vielleicht nur die Hälfte von Wankums Kreativität. Haha, reingefallen. Ich nehme alles. Wenn Papa mich jetzt gesehen könnte, bin ich unglaublich stolz. Wirklich unglaublich stolz. Ach ja. Und jetzt. Und jetzt. Aha. Das ist ja gemein. Ich bring mich um. Warte, Komma. Mach weiter. Bis hierhin sind wir letztes Mal gekommen. Hm. Bist du tot? Ja. Ihr bist ja niemals ein kreatives Genie wie Moa. Mit dem Sturzflug am besten zur Seite. Ach du Scheiße. Dahinter direkt, ja. Dahinter war es schlauer. Alter. Alter, wir können das Level wieder neu machen müssen. Ey, ich kriege die Krise. Oh Gott. Okay, warte, ich warte. Ich warte. Äh. Scheiße. Das ist doch so ein Gott. Warte. Jetzt. Und lang. Komm durch, durch, durch. Ah. Was von dir? Nein. Oh verdammt. Das ist das Level. Und das habe ich auch noch. Weiter, 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 weiter. Und verkackt und wir fangen wieder von vorne an. Ach nee. Wir sind immer ganz von vorne. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Warum immer wieder ganz von vorne? Das macht doch irgendwann keinen Spaß. Das ist dann einfach nur nervig. Finde ich jedenfalls. Ich auch. Ihr seid also reingekommen. Macht nichts. Ihr könnt mich nur aufhalten, wenn ihr eure Spitzel liebt. Hopp, hopp, hey. Dann macht das auch so viel Spaß wie nie. Ja, das hat euch eingeladen. Verschwindet. Ui. Oh. Yeah. Voll überraschend. So früh. Hallo. So tief. Hallo. Warum stimmst du denn, Mumu? Ist ja nix. Ach, da bin ich. Gut. Du hast mich krillen. Hey, wenn du da nicht drauf drückst, dann kriegst du den Mangelfall. So, das war jetzt schon mal schnell, ne? Das können wir ja mittlerweile schon auswendig. Wie kommt ihr darauf, einen intellektuell überlegenen Gegner wie mich besiegen zu können? Ja, intellektuell mit 4 L. Papa, war die denn so ein Richtigung und ich auch nicht. Hinschub. Papa, war die denn so ein Richtigung und ich auch nicht. Das war ein bisschen zu weit. Hi. Hi. Am besten wieder klein. Oh, ich dachte, ich schaff's. Ich wollte's riskieren. So. Oben, ne? Gehen wir erstmal nach unten, ne? Gehen wir mal weg, ne? Ah, Mann. Oh, mein Gott. Das war zu früh. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Das kann man mittlerweile auch schon. Ja, irgendwie wird es langer. Das ist zu spät. Ihr solltet einfach wieder abhauen und weiterschlafen. Ja, tschüss. Ihr habt Newton gehört. So, jetzt aber hier volle Konzentration. Nicht so hektisch. Wenn ihr jetzt verschwindet, nehme ich vielleicht nur die Hälfte von Wankerungskreativität. Haha, reingefallen, ich nehme alles. Ich bin kein guter Flavvy-Wörtspieler. Wenn Papa mich jetzt nur sehen könnte, er wäre unglaublich stolz. Wirklich unglaublich stolz. Jetzt. Oh. Hä, wo bin ich denn? Ja, du bist halt festgepackt. Ich bin hinter dem Rad. Oh. Das ist doch beschiss. Ach, nicht schlecht. Warum dreht denn denn die Kamera vorher weg? Das geht schief. Das sehe ich jetzt schon. Wir können das gleich nochmal machen. Es war zu früh. Jetzt schon ins Leben. Alter. Wir sind Profis. Das ist aber voll voll geil. Wir wollen es halt einfach nur noch durch haben. Das Level, dass du alle drei wiederholen musst, ist echt nervig. Ja, das ist richtig nervig. Ihr seid also reingekommen. Ja, ja, ich geh auch jetzt. Ihr könnt mich nur aufhalten, wenn ihr eure speziellen Fähigkeiten einsetzt, um die Batterien der Kammer eures Freundes zu entfernen. Das findet ihr niemand. Niemand hat euch eingeladen. Verstehen. Ja, komm. Ah. Hallo. Das finde ich halt blöd, dass sich die Kamera dann so... ...so blöde anpasst. Nein, ich fahr so hoch. Du siehst es halt doch nicht mal, wer wer ist. Nein, ich fahr so hoch. Oh, du wurdest nicht gegrillt. Oh, Angeber. Hey, wenn du da nicht drauf drückst, dann, äh, dann kriegst du den Mann. So, haben wir das auch wieder. Ja. Wie kommt ihr darauf, einen intellektuell überlegenen Gegner wie mich besiegen zu können? Ja, intellektuell. Mit 4 L. Ach, du hast die Texte geschrieben. Das ist ja ein kleideiliges. Ey. Papa war die nicht zu einbringlichen und ich auch nicht. Hinschvort. Da kommst du. Moment. Lass doch nur springen. Genau. Und wir sind zurück. Nein. Nein. Da sind wir noch beide drauf. Dank. Was ist denn da oben? Nein, ich hing fest. Ist es wieder riskieren? Hallo. Das stand aber auch safe. Ja, die Levels haben wir schon im Schlaf. Hallo. Das ist doch so. ich wollte nur ganz kurz das ist keine batterie das war ja nicht übermützig hast den arsch verbrannt nur fast komm schon jetzt bemühen wir uns mal ja konzentrier dich bitte stirbt nicht ständig einmal diese diesen bereich ich denke schon wieder ich hänge dahinter wie schaffst du das hier guck da lauf ich jetzt habe ich mich gegrillt ok und ab ich hab's mal durchgeschafft und du nicht ich hab noch durchgeguckt so warte 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 jetzt oh mein gott oh nein was kommt jetzt noch oh gott ich komme da nicht durch aber mach du jetzt oh du musstest da mal mit Sturzflug durch dann sterben so wir haben es geschafft das war ja auch nur eine dezente Torture bin ich froh dass wir das endlich durch haben dieses Level ja so oh wo